Achtung, Brandschutz, Heimrauchmelder ausgelöst. Einsatz für ELW 1, LF 24, TLF 1, DLK 1, RTW 1, Ebertstraße. Achtung, Brandschutz, Heimrauchmelder ausgelöst, Heimrauchmelder ausgelöst. Und ja, jetzt haben wir mal eine größere Aufgabe hier. Heimrauchmelder ausgelöst, die kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Boah. Scheiße. Ist natürlich hier raus. Oh. Ich lasse es mal die ganze Zeit an, Jax. Heimrauchmelder ausgelöst, dann gucken wir mal, was da passiert ist. Ob da immer wieder so ein Kind, keine Ahnung, was gemacht hat. Das war knapp. Das war richtig, richtig knapp. Vorseite. Alter, diese, guck mal, die Lenkung, ey, ne? Die ist immer noch, alter. Oh Gott, oh Gott ist sie. Man sollte vielleicht nicht nur auf die Karte gucken, sondern auch nochmal auf die Straße achten. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann bitte einmal Brandbekämpfung Volksbegehung Darf ich auch bitte aussteigen? Hallo? Oh, auf jeden Fall qualmt es alle. Ach, du Scheiße. Ja, auf jeden Fall brennt es. Einmal bitte Straße absichern. Und löschen werden wir gleich selber. So, dann Brandbekämpfung, Rauchvorhang und Brandbekämpfung, Löschangriff. Ja, Löschangriff, hallo. Oh, da kommen gar nicht rein. Ah. Ähm. Guck mal, das Feuer breitet sich einfach auch aus. Ja, boah, das ist nicht cool. Alles halt jetzt. Ah, da kommt er. Okay. Ah, das ist ein bisschen besser. Ah, das ist ein bisschen besser. Ah. 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 ach so ich brauche einen verteiler äh wo kriege ich denn jetzt her ja kein verteiler wo kriege ich denn jetzt in die linke her soll ich die gleich mal selber suchen ist er hier drin? nee einfach alles auf hier echt dämlich ne tut mir leid ich habe noch zu lange nicht gespielt ah das sieht mir noch mit randen aus verteiler suche ich immer noch kann man hier wählen da kann man Hydranten dran machen ja nicht hier für dich Hä? Halt. Ich will löschen. Hey. Danke. Ich möchte gerne löschen. Hey, es kommt nichts. Warte. Guck, guck. 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 Ach schön, ich lösch jetzt mal alle mit dem Feuerlöscher. Ja und das wars. Nächster. Ja, aber die lassen mich hier keinen Verteiler einlegen. Ich werde wieder voll. Schade. Und dann noch ein Verteiler aus. Sammelstück. Na, ich habe keine Ahnung was ich machen soll. Es scheint alles so verbuggt zu sein. Wir müssen jetzt halt wirklich mit dem Feuerlöscher löschen, nur weil diese blöden Entwickler zu blöd sind, ein Spiel vernünftig zu programmieren. Und dann... Ja, es reicht nicht mal um irgendwas vernünftig zu löschen. Ja. 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 Ah. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 nicht alle Feuer gelöscht bitte einfach zusammenpacken verschwindet ja Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ach, da ist mir auch noch einer gewesen. Kann ich jetzt noch Glutnester suchen? Jungen, das sind alle Feuerwehr löscht. Abrücken, schüss. So, ich würde sagen, die Rückfahrt kann ich euch ja ersparen. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like, damit es euch gefallen hat. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Tschüss für Koffi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020